Sind WhatsApp, Facebook, Google und Co. bald in Europa verboten? Um nicht weniger als diese Fragestellung geht es bei einem aktuellen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Jedenfalls steht die gesamte Datenübertragung aus Europa in die USA auf dem Spiel. Und angezettelt hat den Rechtsstreit mal wieder der österreichische Datenschützer Max Schrems. Der hat vor einiger Zeit schon das Safe Harbor Abkommen nahezu im Alleingang zu Fall gebracht. Was jetzt genau der Stand der Dinge ist, was der Europäische Gerichtshof sagt und was das konkret dann für euch bedeutet, wenn alle Datenabkommen gekippt werden, das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger und Solmecke. Und wenn ihr Zeit und Lust habt auf solche Rechtsvideos, dann lasst gern ein Abo für diesen Kanal da. Über Max Schrems haben wir in der Vergangenheit schon häufiger berichtet. Max Schrems hat schon, ich glaube in seinem Jurastudium als Student nach den Snowden-Enthüllungen im Jahr 2013 gegen die Datenübertragung von Facebook in die USA geklagt, weil er der Meinung war, dass die irischen Datenschützer, Facebook sitzt ja in Irland, nicht genügend tun, um zu kontrollieren, ob das, was da an Daten übertragen wird, auch in den USA sicher ist und vor den Einblicken der Geheimdienste entsprechend geschützt. Er hat gesagt, Snowden hat gesagt, die Geheimdienste gucken in alles rein. Wenn das wirklich so ist, dann dürfen unsere Daten nicht in die USA übertragen werden. Und damit ist das sogenannte Safe Harbor Abkommen, was Europa und die USA geschlossen hatten, dann entsprechend hops gegangen. Es wurde ersetzt im Jahr 2016 durch das EU-US Privacy Shield. Soll eine DSGVO-konforme Grundlage sein. Und jetzt sollen damit die Daten halt besser übertragen werden können. Schrems selbst sagt, hat sich nicht viel geändert. Das Privacy Shield ist sowas wie eine Selbstverpflichtung. Das heißt, die Unternehmen sagen, ja, wir sind datenkonform. Schrems argumentiert aber, naja, die könnte ja noch so viel da reinschreiben, wenn der Geheimdienst trotzdem in die Daten reinschauen kann. Der US-Unternehmen ist das Privacy Shield nicht viel mehr wert, als das Papier, auf dem es niedergeschrieben worden ist. Es ist gerade kein Gütesiegel, dass unsere Daten da wirklich sicher sind. So sehr verkürzt ist die Argumentation von Max Schrems. Und der Europäische Gerichtshof, der muss sich jetzt mit der ganzen Sache auseinandersetzen und hat das Ganze erstmal dem Generalanwalt übergeben. Das ist jemand, der den Richtern einen Vorschlag macht. Und der Vorschlag des Generalanwalts ist interessant. Er sagt, naja, man sollte jetzt der irischen Datenschutzbehörde das Verfahren wieder zurückgeben. Die haben mir den EuGH gefragt, wieder zurückgeben. Und die sollen einfach klären, ob Facebook Irland und Facebook USA wirklich kein ausreichendes Datenschutzniveau haben. Und dann muss die Behörde eben entsprechende Maßnahmen ergreifen und die Datenübermittlung in die USA notfalls untersagen. Sprich, was er sagt ist, wir kippen diesmal nicht wie bei Safe Harbor, das EU Privacy Shield. Nö, aber wir können schon verlangen von den irischen Datenschützern, dass sie sich den Sachverhalt mal genauer angucken. Nur weil hier die Selbstzertifizierung seitens Facebook sagt, ja, alles gar kein Problem, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich kein Problem ist. Die Datenschutzbehörden müssen schon hingucken. Aber dieser Grundmechanismus, das Privacy Shield, das soll nach Meinung des Generalanwalts schon bestehen bleiben. Also damit wäre jetzt erstmal die weitere Datenüberertragung safe. Und dann gibt es noch sogenannte Standardvertragsklauseln. Das sind Klauseln innerhalb eines Unternehmens, also zwischen Facebook Irland und Facebook USA, womit die sagen, also die Standardvertragsklauseln sind von der EU erlassen worden und die verwendet Facebook Irland mit Facebook USA, um Daten zu übertragen. Und auch da sagt die Datenschutzbehörde, ja, auch die Klauseln, da wollen wir nicht weiter dran rütteln. Auch da müssen wir eben schauen, verwenden die die Klauseln oder sehen die auch wirklich zu, dass die Daten sicher sind. Also eigentlich eine relativ simple Lösung, muss ich sagen, die der Generalanwalt hier vorschlägt. Der sagt, nee, jetzt ist das Framework, also alles, was drüber steht, ist jetzt nicht illegal. Aber man muss im Einzelfall hingucken, sind die Daten jetzt sicher bei Facebook USA oder sind sie nicht sicher. Ja, also die Datenschutzbehörden sind in der Pflicht, die müssen jetzt die Datenübermittlung überprüfen und können dann Facebook möglicherweise das Ganze untersagen, das ganze Spektakel, dass die Daten einfach mal so darüber übertragen werden. Also wir müssen jetzt mal schauen, inwiefern der EuGH, die Richter beim Europäischen Gerichtshof, dem Generalanwalt folgen. In vielen Fällen ist das so, die schließen sich dem oft an, muss aber nicht so sein. Aber wir halten das natürlich im Blick. Und wenn wir das dann wissen, wie die EuGH-Entscheidung ausgegangen ist, werden wir euch darüber auf dem Laufenden halten. Erstmal Entwarnung, Facebook wird es weitergeben, WhatsApp auch und Instagram auch. Ihr könnt also entweder hier noch ein bisschen auf YouTube bleiben und euch mal die Videos hier anschauen oder wieder zu WhatsApp, Instagram und Co. chatten, solange es die noch gibt. Wir sehen uns hier morgen wieder. Tschüss und bis dahin.